Auf geht's nach Hogsmeade. Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir wohl bei etwas helfen könnten. Wie schön, Sie zu sehen, meine junge Ravenclaw. Ich möchte mich noch einmal im Namen meiner Familie bedanken. Alle waren froh, dass der Zauberstab, mit dem Richard Jackdaw vor vielen Jahren verschwand, wiedergefunden wurde. Obgleich auch etwas unbrauchbar. Freut mich zu hören. Nun, Elia sah, Professor Fig hat mir eine Eule geschickt. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir, hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Zerbrochene Zauberstäbe Er ist fertig. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden niemals gleich sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Ruckwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Bringen wir es hin. Bringen wir es hin. Sett uns hin. Sett uns hin. Klasse, hin zu. Sett uns hin. Das ist nicht wichtig, Kinder in der Schule zu sein. Sett uns hin. 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 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG So, das ist da noch nicht alles! Kとやろ! Angst davor zurück! let's go! Action! Einmal. Fass mich doch. Was ist genug? Im Pringel. Christ. Nein. Bombarda. Stuhl. Bombarda. Achei. Oh ja. Stoff! Wärst du doch zu mir gewechselt. Da waren wir die Dauer. Das war gut. Für ein Kind. Oh, das wird uns auch reichen. Der Vollzum. Der Vollzum. Das tut noch nicht. Der Vollzum. Der Vollzum. Herr Fuglar. Ich kenne deine Art. 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 Ich kenne her. Ich kenne deine Art. Ich kenne deine Art. Ich kenne deine Art. Ich kenne deine Art. Ich kenne her. Ich kenne deine Art. 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 Ich kenne deine Art.